Happy Birthday to you Herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und ich spiele heute mit der Free Fire Max in Kreativ Modus also lasst euch überraschen was für eine Arena was für eine Mission wird Viel Spaß Ok als erstes kriegen wir hier Colorspray das können wir ja die ganze Dingens einfärmen in meiner Farbe und das ist die Farbe Opa Ich bin jetzt schon bei einem Dingensaufwerk oder ist das gleich wieder Oh nur Oh Was ist das? Das war's. Okay, einmal drauf. Wir wollen euch aufladen. Okay, wieder. Und nochmal. Aufladen wir euch. Ah, Gott, ich habe mich aufladen. Oh, ich habe mich. ok es sieht ein bisschen hälfte hälfte aus gewonnen ganz knapp aber gewonnen da bin ich mal gespannt was jetzt für nächste runde kommen ok ich fahre der beste aus dem team sogar mein ausfüllen sieht natürlich irgendwie scheiße aus das habe ich ausgelost aber das kam raus deswegen spiele ich damit jetzt gut und likes verteilt wird mir schaden gemacht der gegner hier schön ein like und natürlich mein team ein like weil wir gewonnen haben und dann sag ich mal bis gleich ok wir haben jetzt das spiel mystery tower eigentlich ist das spiel gar nicht mal so schlecht aber irgendwie verstehen das spiel viele leute nicht da gibt es ja einmal den assassin den sheriff und die zivilen der assassin muss alle zivile um töten um töten der assassin muss alle zivile leute töten sheriff der muss den assassin töten sprich die zivilen beschützen und die zivilen leute müssen die flaggen einnehmen so da geht es jetzt mal los hier da ist eine flagge die flagge muss sich einnehmen ok schauen wo die andere flagge ist da ganz hinter ist eine und da rechts ist eine besser schärf bei der kann ich eigentlich bleiben immer wenn das lachen hört das heißt der assassin hat den sheriff hat ein zivile mann getötet das war der assassin und da ist der sheriff ich hoffe der sheriff kriegt den assassin jetzt und die anderen müssen schnell die anderen flaggen holen holen da ist der assassin und da ist der sheriff ok der assassin hat den sheriff getötet das ist ganz schlecht aber jetzt weiß das ist genau okay ich kann die anderen alle töten der scherf ist nicht mehr da und der weiß nicht was er machen soll sucht die flagge das ist der erste c nein weg da ok jetzt hat er die waffe ich habe eine glühwolle ich hoffe der macht das richtige das ist eine schlage da vorne machen die alle hier Geht zu der Flagge. Da ist er. Lass es hin. Ach Mensch. Und da ist er. Ach er ist jetzt. Stimmt er hat hier die Waffe aufgenommen. Na ja. Okay. Die Civilian haben gewonnen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Zweite Runde. Erstmal hier die Münzen einsammeln. Endlich. Zwei. Endlich wieder. Okay. Ich bin wieder Zivilist. Also. Ich muss abhauen vor den. Da war der. Das war ja die eine Frau gewesen. Ja. Also. Nicht zu der Frau rennen. Oder wegrennen wenn die Frau da ist. Äh. Was ist jetzt los hier. Hängt fest. Die nächste Flagge ist da hinten. Ach da. Da war auch die Frau oder? Die sind da mir her. Okay. Ich glaube sie ist weg. Ich glaube sie ist weg. Puh. Der Scherp fleht noch. Noch eine Flagge einnehmen. Nein, den ist er. Hinten nix. Wo? Der ist auch so ein Assassin geworden. Okay. Okay. Jawohl. Woll. Mission geschafft. Noch paar. Münzen einsammeln hier. Ach so die letzte Flagge noch. Noch eine. Und. Okay. Jetzt bin ich auch Sheriff. Jetzt muss ich schnell. Ach. Zeit vorbei. Okay. Gut. Aber immerhin. Die haben mich nicht erwischt. Und ich bin zum. Polizist in der Lande. Bin ich jetzt immer noch Polizist? Die mit dem Hut. Das ist hingewesen. Okay. Ich gebe allen ein Like. Die übermühend. Gut. Dann würde ich mal sagen. Das war's für heute. Ich sage Dankeschön für die Zuschauer. Ich würde mich freuen. Wenn ihr nach dem nächsten Video dabei seid. Bis dann habe ich euch. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Bis dann.